Spitz zulaufende Ballerinas sehen sehr schick zu Rücken und Kleidern aus. Eine moderate und solide Absatzform ist auch der Blockabsatz in medie Höhe, wie man ihn in den 60er Jahren auch getragen hat. Das Schöne bei weit ausgeschnittenen Schuhen wie beispielsweise Ballerinas ist, dass sie dein Bein optisch verlängern. Viel Spaß beim Ausprobieren und denk dran. Schönheit beginnt im Herzen und geht dann vom Kopf bis zu den Füßen.